Land und Precht Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Ich bin im Urlaub. Du bist im Urlaub? Mhm. Pass auf, dann muss ich dir was vorspielen. Warte, ich suche das eben schnell. Mir wurde von subversiven Kräften Folgendes zugespielt. Pass auf, hör mal ganz kurz zu. Wir brauchten früher keine große Reise. Wir wurden braun auf Borkum und auf Sylt. Mein Gott, wie unschuldig war dieses Lied noch. Und ich kann mich so gut daran erinnern. Sommer 75. Und dieses Lied lief überall. Und ich war zwar nicht auf Borkum und auf Sylt, sondern ich wurde braun auf der Ostseeinsel Eroö. Wo ist das genau? Also gar nicht so weit weg. Ja, das ist relativ nah an der deutschen Küste. Das schönste Stückchen Dänemark. Da sind wir ja damals immer hingefahren. Ja, genau, jeden Sommer. Und ich kann mich erinnern, dass dieses Lied, also in Dänemark war es nicht so ein Hit, aber ich kann mich erinnern an dieses Lied. Und in meinen Erinnerungen war dieser Sommer 75 unfassbar heiß. Wirklich? Ja. Also er war überhaupt nicht verregnet und gar nichts. Also es war das falsche Lied im falschen Moment. Aber die Leute haben sich so darüber gefreut, dass es so gutes Wetter war, dass man also mit einem gewissen ironischen Lächeln, dieses Lied lief überall aus Transistorradios, die es damals noch gab. Ist das schön. Was für eine schöne, unschuldige Zeit. Wobei 75, da war ja Ölkrise gerade so. Ja, so zwei Jahre nach der Ölkrise. Ja, also gerade noch im Gedächtnis, meine ich jetzt. Genau, außer so die Helmut-Schmidt-Zeit. Da war die Bundesrepublik noch recht glücklich mit sich selbst. Ja, wobei dann deutscher Herbst, zwei Jahre später und so weiter. Du siehst dann immer, wie schnell dann das Ganze wieder kippen kann. Rudi-Karrel-Sommer und dann der deutsche Herbst da drauf. Ja, also wirklich, Ölkrise 73, 75 Rudi-Karrel, wir wurden braun auf Borkum und auf Sylt und dann 77 deutscher Herbst. Das stimmt. Du warst damals, Richard, wie alt warst du? Zehn? Ja, genau, zehn. Ach, herrlich. Vermisst du diese Zeit? Ach ja, also so sentimental bin ich irgendwie nicht. Aber diese Sommerurlaube, die wir da mit der Großfamilie gemacht haben, da waren ja ziemlich viele Kinder und dann haben wir häufig auch noch von Freunden Kinder mitgenommen. Die habe ich natürlich in ganz toller Erinnerung. Wir sind immer in dasselbe Haus gefahren, und das war ja sowieso ein zweites Zuhause für uns. Ziemlich nah auch am Meer. Klar, Ostsee war super kalt, aber man kannte ja nichts anderes. Ich bin ja mit meiner Familie nie am Mittelmeer gewesen. Ich wusste gar nicht, wie warm ein Meer sein kann. Heute mache ich gerne Urlaub am Mittelmeer, saufen, grölen, Zigaretten vom Balkon schnipsen. Was man so macht in südlichen Gefilden. Jetzt denkt jeder, das ist Ironie, und in Wahrheit ist es wirklich so. Dass ich saufe, gröle und Zigaretten vom Balkon schnipsen. Das mit den Zigaretten stimmt wahrscheinlich nicht, aber der Rest stimmt natürlich ganz unbedingt. Aber wenn das jemand, mein grölen, heimlich jemand filmen würde, dann würde er nichts Unanständiges daran finden. Was bist du für ein Urlauber, Richard? Bist du eher so ein Aktivurlauber, oder bist du so ein Sonnenliegenreservierer? Nee, also Sonnenliegen eher weniger. Aber ich würde das nicht einteilen. Also ich kenne diese aktive Seite, dass man tagelang auch strapaziös wandert. Wander sehr, sehr gerne. Oder eben seine Vogelexkursionen macht oder so, die häufig auch mit langen Wanderungen verbunden sind. Aber ich kenne auch auf einer Terrasse sitzen und ein bisschen schreiben und nachdenken, sich inspirieren lassen und zwischendurch einschlafen. Ja, oder ich einfach nur dieses ewige geradeaus gucken und sehr bei sich sein. Das kannst du, ja. Also vor mich hingucken kann ich sehr gut. Ja, ich wurde erst dazu inspiriert, ich habe das ja schon mal erzählt, durch Hugo Egon Balder, der auf meine Frage, wie er sich das Altern vorstellt, sagte, ich werde auf einer Parkbank an der Nordsee sitzen und langsam verblöden. Eine beruhigende Aussicht auf das Alter. Ja, 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 kein Stress mehr. Also die Kunst, glücklich zu verblöden. Ja, ein schöner Bestseller-Titel. Weil im Augenblick sind ja Bücher über das Altern so hin. Ist das so? Ja, ja, das ist ein großes Thema. Ja, Nummer eins in den Bestsellerlisten ist Elke Heidenreich mit über das Altern. Und das ist ja auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Und immer mehr Leute beschäftigen sich immer früher mit dem Alter. Das ist auch hochinteressant. Ja, warum eigentlich? Das Interessante war, dass ich immer dachte, früher haben sich alte Leute mit dem Alter gar nicht beschäftigt. Und heute kann man gar nicht frühzeitig damit anfangen, sich damit zu beschäftigen. Das hat sich ja sehr, sehr verändert. Ja, was dazu führt, dass sich, also junge Menschen mit 35, in dem Fall meistens Frauen, schon ab 35 die erste Portion Botox in die Stirn jagen. Ich finde, da ist 35 aber spät. Also je eher man damit anfängt offensichtlich, umso erfolgreicher, habe ich mir sagen lassen. Und ich glaube, die... Ja, die Falte darf erst gar nicht entstehen. Das ist die Idee. Genau. Ja, also Prävention ist alles. So, und bist du dann auch einer der, also Sonnenschutzfaktor 30 und so weiter. Ich habe neulich mit dem Hautarzt gesprochen, der sagte, pass auf, also ganz schlimm ist es bei diffusem Wetter. Ja, also wenn, wenn sozusagen, also vermeintlich alles safe ist, ja, also da sind diese vielen Wolken, ist so ein bisschen diesig und so weiter. Für mich der Moment zu sagen, heute endlich mal ohne schlechtes Gewissen, einfach so direkt raus. Und da ist die UV-Strahlung besonders hoch. Cremst du dich ein? Nee. So. Unvernünftig, Richard. Ich creme mich nicht ein. Aber ich lege mich jetzt auch nicht in die Mittagshitze und grille wie so ein Hähnchen. Nee. Das mache ich auch nicht. Also nicht. Aber du gehst... Ja, ich meine, der Lohn ist eine Woche tiefbraun, ja, und langfristig aussehen wie ein Mokassin. Also da ist, da sehe ich jetzt keinen großen Sinn drin. Mir ist ein bisschen unvernünftig, sich so unverhältnismäßig zu freuen. Die Mokassin-Werdung von Richard Davidbrecht, das ist ein schöner Gedanke. Ja, genau. Richard, weil du gerade sagst, du cremst dich nicht ein. Ich bin auch eher sparsam im Bereich eincremen und so weiter. Ich habe gar keine Creme zu Hause, fällt mir gerade an. Überhaupt gar keine. Also das ist auch nicht gut. Willkommen im Club. Auch morgens nicht. Also einfach nie. Auch nicht nach dem Duschen. Nee, damit die Haut sich gar nicht erst angewöhnt. Ja, ich glaube, aber das ist ein völlig Retro-Konzept, dass wir da beide fahren. Bestimmt. Ja. Ganz bestimmt. Ich gebe auch da jetzt keine Tipps und sage, liebe Freunde, cremt euch nicht ein. Sondern ich sage, seid nicht so doof wie ich und cremt euch nicht ein. Ja, also das ist die Botschaft, die ich da senden will, aber ich mache es trotzdem nicht. Ist so. Das ist, was du da gerade machst, Richard. Das gefällt mir. Das ist eigentlich ein Loblied auf die Unvernunft. Und ich habe neulich einen wunderbaren Text gelesen von Hanno Rauterberg in der Zeit. Der hat genau das beschrieben. Die Freude an der Unvernunft. Und er sagt, es sind ja immer die anderen, die unvernünftig sind. Ja, sie legen sich nackt in die Sommersonne, natürlich uneingecremt. Sie essen unbeeindruckt ihre Schweinewürstchen. Sie fliegen mal kurz nach Mallorca. Sie sparen auf einen SUV. Sie tun lauter Dinge, von denen sie wissen, dass sie nicht gut sind. Nicht gut für sie. Nicht gut für den Planeten. Aber warum sollte es sie kümmern? Und dann der herrliche Satz. Manchmal geht es nur darum, den inneren Oberlehrer für ein paar Stunden wegzusperren. Herrlich. Ja, also immer und durch und durch vernünftig zu sein, verspricht ein blödes Leben. Ja, irgendwie so. Also es gibt so, es gibt, ja, ja, so genau. Also so ein bisschen, so ein bisschen Recht auf Unvernunft hat man. Es kommt natürlich vielleicht so ein bisschen auf die Fragen an, wo man seine Unvernunft walten lässt. Also solange es nur ums nicht eincremen geht, dann ist es vielleicht noch ein bisschen übersichtlicher. Man kann ja auch in vielen anderen Dingen massiv unvernünftig sein. Aber richtig ist ja, wie bei all den Sachen, der Mensch eine dialektische Figur. Vernunft macht nur vor dem Hintergrund von Unvernunft überhaupt Sinn. Und ein jemand, der durch und durch vernünftig ist, ist es nicht. Also das ist nicht vernünftig, immer vernünftig sein zu wollen, zum Beispiel. Omri Böhm, kennst du ja auch, hat ein tolles Buch gemacht über radikalen Universalismus. Und der sagt, wir brauchen Kants universelle Gleichheit. Heute mehr denn je, ohne sie, könnten wir gar nicht erklären, wieso Kants Rassismus überhaupt moralisch verwerflich ist. Richtig. Ja, also das hohe Haus an Moral, was wir heute haben, ja, das wurde von, die Fundamente davon wurden von Kants gegossen. Und dass man jetzt Kants vorwirft, dass er rassistische Klischees seiner Zeit bedient hat, als jemand, der von diesbezüglich, keine Ahnung, also auch der hochkluge und weise Kants, hatte nie einen Menschen mit dunkler Hautfarbe persönlich kennengelernt. Ja, und dann hat er alles, was er darüber wusste, wusste er aus Büchern. Und das meiste wusste er von einem ebenfalls großen und bedeutenden Aufklärer von dem wir letztens auch mal geredet haben, David Hume. Und der hat das auch wieder irgendwoher reproduziert. Also im Grunde genommen aus der englischen Kolonialgeschichte und so weiter. Also auch große Geister haben bestimmte Bereiche, von denen sie einfach keine Ahnung hatten. Und die haben damals die Klischees ihrer Zeit reproduziert. Aber es ist ja nicht so, als ob Kant in dem, was er über Menschenrechte oder die Freiheit und Gleichheit aller Menschen geschrieben hätte, jetzt Menschen anderer Hautfarbe ausgeschlossen hätte. Das hat er ja nur nicht getan. Und insofern obsiegt natürlich seine große aufklärerische Leistung über die paar dummen Klischees, die da auch gelegentlich mal in seinen Werken auftauchen. Meine Vernunft, deswegen komme ich auch gerade auf Kant und auch auf Omre Böhm und so weiter. Und auch in deinem letzten Buch hast du ja auch ein langes Kapitel, wenn ich das richtig erinnere, über die Vernunft geschrieben und sowieso dir ja immer wieder darüber Gedanken gemacht. Vernunft und Unvernunft, die total zusammengehören, gibt sogar sozusagen die Idee, also pure Vernunft darf niemals siegen. Mit der schönen Idee, vor 5000 Jahren sind Menschen im heutigen Taiwan in Boote gestiegen und haben sich auf die Suche nach einer neuen Heimat irgendwo jenseits des Pazifiks gemacht. Und sie konnten sich natürlich nicht sicher sein, dass sie jemals irgendwo ankommen. Das war sozusagen gegen jede Vernunft, das war eigentlich unvorstellbar dämlich, das war noch viel dämlicher als das, was meine Mutter meinte, wenn sie zu mir früher mal sagte, Junge, sei doch vernünftig, kauf dir nicht schon wieder ein neues Motorrad oder eine neue Vespa. Aber es war diese Form von Unvernunft, die entscheidend war am Ende für die Besiedlung der Erde und für den Erfolg von uns als Spezies. Das heißt, Unvernunft, vielleicht völlig unterschätzt, was würdest du sagen? Würde ich sagen. Also ist das vernünftig zu versuchen, die Pole zu entdecken? Wir haben ja schon drüber geredet, Piri-Expedition und Amundsen und Scott und was, was ich weiß. Irgendwas vernünftig daran? Kolumbus, als er da lossegelte, er konnte ja nicht wissen, dass er ins Schwarze trifft, als er ins Blaue gesegelt ist. Hätte Amerika nicht dazwischen gelegen, wären die alle jämmerlich ertrunken. Er hat einfach unheimlich Schwein gehabt. Völlig unvernünftiger Mensch, durch und durch. Sich auf Berechnungen verlassen, eines italienischen Kartografen, von dem ihm die Junta dos Mathematicos, also die Expertenkommission der Königin Isabella, die waren hundertmal besser und schlauer als Kolumbus. Und die wussten auch, dass die Erde eine Kugel ist. Das ist nämlich eine große Legende zu denken. Kolumbus war ja zu mutig und hat gesagt, die Erde ist eine Kugel und deswegen entdecke ich jetzt Amerika oder was. Die haben gesagt, ja, die Erde ist eine Kugel, wir geben das jetzt öffentlich nicht so gerne zu, wegen der katholischen Kirche und so. Aber natürlich ist die eine Kugel, aber dann kannst du mal ausrechnen, wenn die Erde eine Kugel ist, wie groß dieser Ozean sein muss. Das wäre ja dann Atlantik plus Amerika plus Pazifik. Richtig. Und da kann man nicht drüber segeln, um dann am Ende in Japan zu erscheinen. Die waren also viel schlauer als er. Er war abergläubisch und dachte, er ist irgendwie merkwürdig auserwählt und so. Der hatte sowieso also nicht alle Schweine im Rennen und Riesenglück gehabt. Ja, aber Riesenglück gehabt. So ist das. Also eine Aktion, die durch und durch unvernünftig war, für die er belohnt wurde. Sehr, 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 sehr zum Verdruss natürlich der indigenen Bevölkerung, für die es weitaus besser gewesen wäre. Kolumbus wäre zu Hause geblieben. Richtig. Und er war in der Annahme, dass er in Indien sei und daher dann auch der Begriff Indianer. Der Begriff macht tatsächlich historisch überhaupt keinen Sinn. Er dachte, er wäre in China. Okay. Er wollte nach China, nach Japan und nach China. Zipangu und Katai. Also China und Japan. Das war das Ziel. Das Reich Kublai Kahn's. Von dem er eben von Marco Polo wusste, dass das also völlig vergoldet und so weiter ist, wo wir bis heute nicht wissen, ob Marco Polo da jemals gewesen ist. Wahrscheinlich war der auch nie da. Sondern hat das, was er da in den Karawansereien gehört hat, da in der Seidenstraße und so, das hat er sich dann irgendwie zu einer tollen Geschichte zusammengesponnen. Also alles Fantasterei. Spannend, ne? Also Unvernunft vor allen Dingen. Ja. Und sozusagen die, irgendwie wahnsinnig, oder? Dass Menschen, ich meine, wenn du das so beschreibst von Kolumbus, klingt das eher auch so ein bisschen nach einem Gieranfall. Also wenn alles vergoldet und so weiter. Die Suche nach dem großen finanziellen Glück, nach einem sicheren Rentenbescheid. Aber andere sind ja auch einfach aufgebrochen, einfach weil sie Hasardeure waren. Weil man gesagt hat, okay, machen wir jetzt einfach mal. Ich meine, wenn du dir die Abenteuerlust. Pure Abenteuerlust. Also diese ganz, was ist nicht alles an zoologischen, so ein Thema, was mich interessiert, Entdeckungsreisen. Wie dann so ganz junge Leute, so Anfang 20 oder so, ja, in völlig unbekanntes Gebiet aufgebrochen sind. Oder so mit Captain Cook gen Australien gesegelt. Irre. Ja und ich meine, die Leute, die das waren, diese raubeinigen Seeleute, ich muss mir mal überlegen, was da für Leute an Deck waren. Und dann warst du so ein feinsinniger Gelehrter, so ein Pflanzenexperte oder was weiß ich was alles, blutleer, anämisch, noch nie aus deiner Heimatstadt rausgekommen. Und sich das zugetraut und das gemacht. Irre. Das ist schon sehr beeindruckend. Schon. Alles unvernünftig, aber ich meine, jedes Abenteuer ist unweigerlich mit Unvernunft verbunden, sonst wäre es keins. Das ist wahr. Absolut. Das ist eigentlich die Idee, das Wesen von Abenteuer. Ja. Und wenn man über Vernunft und Unvernunft spricht, Richard, muss man ja sagen, der Name ist ja eben schon gefallen. Es gibt ja keinen Namen, der so eng verbunden ist mit dem Begriff Vernunft wie Kant. Ja. der ja seinen 300. Geburtstag in diesem Jahr feiert. Sohn eines, glaube ich, Sattler und Riemermeisters im preußischen Königsberg. Riemermeister, diejenigen, die das Zaumzeug für die Pferde gemacht haben, die Zügel und so weiter. Und jemand, der Königsberg oder Ostpreußen, muss man ja sagen, nie verlassen hat, der ist der Zeit seines Lebens nie rausgekommen. Was weiß man? Ich habe neulich über Kafka mal gelesen. Ich hatte mich so biografisch, also jeder kennt irgendwie die Verwandlung und den Prozess und so weiter. Aber was diese Leute biografisch zu bieten haben, das war mir auch nicht so ganz klar. Und bei Kant im Grunde ähnlich eigentlich. Ja gut, das Leben war nicht so spannend. Das ist nie verfilmt worden. Der langweiligste Film der Welt. Ein kurzer Film. Genau, also Heiner hat ja mal gemäß gesagt, also niemand könnte über das Leben von Kant irgendwie später berichten, weil er eigentlich gar kein Leben gehabt hat. Ja, ich glaube, der ganze Satz ist, die Lebensgeschichte von Kant ist schwer zu beschreiben, denn er hatte weder Leben noch Geschichte. Ja, das ist spannend. Wobei er als junger Mann, als junger Mann soll er anders gewesen sein. Aber eigentlich schließt sich der Kreis. Also er ist Waisenjunge gewesen. Also der Vater ist früh gestorben. Er hatte ein ganz inniges Verhältnis zu seiner Mutter, die aber dann auch, als er, ich glaube, so in der Pubertät war oder so gestorben ist. 13, glaube ich, ja. Ja, und es war so, dass er mit der Mutter immer Ausflüge gemacht hat in die Königsberger Umgebung und dann eben so die Mutter ihm den Nachthimmel erklärt hat. Der Nachthimmel spielt eine riesige Rolle für Kant. Bis hin zum kategorischen Imperativ. Ja, der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Das sind die beiden Dinge, vor denen er die größte Ehrfurcht und den größten Respekt gehabt hat. Neben die Pflanzen und Tiere erklärt hat. Kant hatte sich in jungen Jahren sehr für Natur interessiert. Hatte, glaube ich, sogar gehofft, mal eine Professur zu kriegen, wo auch Naturgeschichte drin enthalten sein sollte und so. Er war unheimlich viel interessiertes, wissbegieriges Kind. Sehr kleinwüchsig, sehr zart. Eigentlich so fürs richtig raue Leben von der Statur her und von seiner Sensibilität her nicht gemacht. Und auch keine Frau gefunden. War nie verheiratet. War nie verheiratet. Wir wissen auch nicht, dass er irgendwelche ernsthaften, längeren Liebschaften gehabt hätte. Er ist also möglicherweise völlig enthaltsam gelebt. Und ab einem bestimmten Alter, da gibt es mehrere Spekulationen, warum er so um die 40 anfing, sein Leben so richtig langweilig zu machen, nachdem er vorher sich auch so ein bisschen mal galant gekleidet hat und so. Das eine ist, dass man sagt, dass ein guter Freund von ihm gestorben ist und er einen anderen guten Freund hatte, der auch so ein diszipliniertes Leben hatte. Ich glaube, es gibt auch ein anderes Motiv. Er hat ja sehr, sehr spät Karriere gemacht, unheimlich lange gebraucht, bis dieser Mensch, der sich für alles interessierte, irgendwo eine ordentliche Anstellung an der Universität gekriegt hat. Damals gab es ja nur ganz, ganz wenige Professuren. Und er war natürlich schon sehr ehrgeizig und er wollte ein ziemlich, ziemlich gewaltiges Werk schaffen. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass er so in dem Alter war mit 40, wo er sich sagte, was habe ich eigentlich bisher Großes geleistet? Ich muss wirklich jetzt meinen Fußabdruck hier hinterlassen und ich muss einfach mal die Philosophie durch und durch aufräumen und die verschiedenen Theorien, die sich hier bekämpfen. Das war vor allen Dingen der zum damaligen Zeitpunkt im Blüte stehende englische Empirismus. Das waren Leute, die gesagt haben, alle Erkenntnis kommt aus der Erfahrung. Und dagegen stand der Rationalismus. Das war zu sagen, es gibt im Menschen innewohnende Ideen und Strukturen. Also der Mensch kommt nicht als unbeschriebenes Blatt auf die Welt, sondern der kommt bereits mit einem fertigen Raster im Kopf auf die Welt. Und dann füllt er mit Erfahrung die Raster aus, die er schon hat. Und dagegen sagten die Empiristen, also John Locke, auch David Hume, der Mensch kommt ohne irgendwas auf die Welt und alles speist sich aus der Erfahrung. Und das war ein ganz wichtiges Problem, was Kant lösen wollte. Er war der Überzeugung, dass es diese Raster gibt, um auch zeigen zu können, der Mensch kommt moralfähig auf die Welt. Genau. Er kommt sozusagen mit Vernunft und Moral und all dem auf die Welt. Das kann nicht alles aus der Erfahrung stammen. Also Menschen haben einen inneren moralischen Kompass von Anfang an. Von Anfang an. Der ist quasi da und letztlich, der weiß natürlich nicht immer, was richtig ist, aber der Wille zum Guten, der ist ganz, ganz existenziell im Menschen. So, und da hätte jeder Imperist gesagt, nee, so ist das nicht, weil so einen Kern gibt es nicht. Und Kant war als Rationalist aufgewachsen, auch so in der klassischen kirchlichen Tradition, dieser Wille zum Guten, das ist da, dann hat er die Engländer gelesen. Und dann ist er, wie er das selber nannte, aus seinem dogmatischen Schlummer gefallen und war eigentlich völlig zerknirscht, die alle versuchten überzeugend darzulegen, da ist nichts im Menschen. Und dann hat er sich daran abgearbeitet, die Erkenntnisse der Empiristen in sein rationalistisches System einzubauen. Und das Ergebnis davon wurde, ein Buch, das immer dicker und dicker und dicker und immer unverständlicher und komplizierter wurde, doch mit Abstand das dickste Buch, was er geschrieben hat, und das ist die Kritik der reinen Vernunft. Und da hat er versucht, diese beiden Dinge miteinander zu synthetisieren. Und das war ein Meilenstein in der Philosophie mit dem großen Nachteil sehr schwer verständlich. Hast du mal gelesen? Ja, das ist ein Buch, da setzt du dich nicht hin und sagst, das lese ich jetzt mal die paar hundert Seiten, sondern du kannst nicht vernünftig Philosophie studiert haben, ohne mehrere Semester lang Seminare zur Kritik der reinen Vernunft gemacht zu haben. Und die bestanden damals darin, dass man ungefähr 20 bis 30 Seiten im Semester geschafft hat. Irre. Ja, also später ist mir das natürlich mal leichter von der Hand gegangen, wenn man die Strukturen einmal hat, aber man muss in diese Begriffswelt rein. Und was das Buch so schwierig macht, ist, Kant schreibt die lateinische Schulgrammatik. Der hatte also seine Doktorarbeit noch auf Latein geschrieben. Okay. Und er schreibt auf Deutsch, als wäre es eine Übersetzung aus dem Latein. So mit A-C-I und so, ja? Ja, und Prädikat hinten, ganz häufig in den Sätzen. Und das macht es so wahnsinnig schwer lesbar. Aber das war für seine Zeitgenossen nicht so schwer lesbar wie heute. Also Kant war unheimlich stark daran interessiert, verständlich zu schreiben, auch wenn es oft schwer war, weil er auch so präzise wie möglich schreiben wollte. Großer Unterschied zu jenen Philosophen, die auch mit Absicht dann später unverständlich geschrieben haben. Das ist dann bei Hegel so und bei Heidegger und so weiter. Weil, ich habe das ja schon oft gesagt, der Deutsche hat nur Respekt vor Philosophie, die er nicht so ganz versteht. Stimmt. Und sonst denkt er, das kann ich auch. Es muss immer ein bisschen dunkel, sein. Für die Angelsachsen muss es so klar und einfach wie möglich sein. Wenn du Jumel liest oder Locke, kann man alles super lesen. Und für die Franzosen muss es toll klingen. Und der Deutsche liebt das Dunkle. Den Abgrund. Das Unverständliche, das Geraunte, das nicht ganz in klare Worte auflösbare. muss immer so ein dunkler Rest bleiben, der so im Bauch bleibt. Wobei, das klingt jetzt so negativ. Ich würde immer sagen, auch als jemand, der natürlich auch irgendwie eine Idee davon hat, was es bedeutet, irgendwie deutsch zu sein, da gibt es so eine Sehnsucht nach Mystik. Das hat auch was Verträumtes, das hat auch was Romantisches. Also ich würde das gar nicht so sehr als dunkel oder so beschreiben. Also der Engländer, wenn der englische Philosoph schreibt, dann surft er in gleißendem Sonnenlicht. Eine helle Erkenntnis an die andere. Der Deutsche grübelt im dunklen Tann. Und wohin spuckt, keimen neue Begriffe auf. Dieser Lebenswandel ist schon ein großes Wort, wenn man über Kant spricht. Ich habe das nochmal nachgelesen. Der hat sich morgens um fünf offensichtlich von seinem Diener wecken lassen. Hat sich dann auf seine Vorlesungen vorbereitet. Dann nach der Vorlesung pünktlich, wie so ein Uhrwerk, bis 13 Uhr weiterarbeiten, dann Mittagessen. Mit so einer großen Tischgesellschaft. Also das ist interessant. Der mochte offenbar Gesellschaft. Hat sich ausgetauscht, sich mit vielen tollen Leuten getroffen. Er hat gerne Witze erzählt. Ah ja, okay. So bis 16, 17 Uhr. Dann diskutiert man da aktuelle Themen und so weiter. Dann zieht sich Kant zurück, um zu lesen oder nachzudenken. Und pünktlich um 19 Uhr folgt ein Spaziergang durch die Stadt. Und zwar so berechenbar, dass es heißt, die Königsberger konnten ihre Uhr nach dem Umlauf des Philosophen stellen. und liegt dann pünktlich um 22 Uhr im Bett, sodass er stets genau sieben Stunden Schlaf zur Verfügung hat. Super. Wäre nicht meins. Nee. Ist mir zu vernünftig. Ja, würde ich auch sagen. Also da kommt das, worüber wir geredet haben, Saufen, Grölen und Zigaretten vom Balkon schnipsen nicht drin vor. Ja, genau. Die Frage ist ja, Richard, das Zeitalter der Vernunft, ist das eigentlich vorbei? Ist das sozusagen nur noch ein fernes Ideal? Ja, ist so eine... Ja, das ist ja nie gegeben. Jemand wie Putin beruft sich auch auf den kategorischen Imperativ. Der sagt, das ist mein Lieblingsphilosoph. Das ist völlig verrückt. Weswegen Olaf Scholz sagt, das ist absurd. Ja, weil für Kant war immer klar, Stichwort Ukraine, wer angegriffen wird, der darf sich auch verteidigen. Ja, für Kant war vor allen Dingen absolut klar, dass man in keine anderen Länder überfällt. Also die Völkerrechtsvorstellung, dass man nicht willkürlich andere Länder überfallen darf, die ist in Kants Schrift zum ewigen Frieden zementiert worden. Er war sozusagen einer der Ersten, die das in dieser Klarheit und Brillanz formuliert hat. Also die Vernunft hat es natürlich im Augenblick mal wieder ganz besonders schwer, weil wir heute in einer Welt leben, wir haben das im Podcast ja schon oft angesprochen, in der Emotionen eine viel höhere Legitimität haben als in allen früheren Zeiten. Mit all dem, was daran gut ist und all dem, was daran schlecht ist. Das heißt also, die Leute sagen, das stimmt, weil ich fühle das so. Das war auch früher so. Die Leute haben auch früher allen möglichen Käse geglaubt, aber heute wird ja mit dem größten Selbstbewusstsein einfach irgendwas, nur weil man das so denkt oder so fühlt oder weil das irgendwie, ja, weil es sich gut anfühlt, wird das jetzt einfach mal so behauptet, gedacht, geglaubt und auch nicht weiter hinterfragt. Und das ist der Nachteil von emotionalisierten Gesellschaften. Ja, das ist ein guter Gedanke. Früher war das immer so, früher haben die Leute sich auf eine Meinung gar nicht so, also viele, nicht so laut zugetraut und so. Wenn ich so an meine Großeltern dachte, die hatten vielleicht ihre Meinungen, aber die waren sehr vorsichtig und die haben sich auch mit Freunden nicht über Politik unterhalten und so. Ja, und heute fühlt man irgendwas, denkt irgendwas und haut das dann raus und das ist in Ordnung. Das Gute daran ist, man darf fühlen, man muss nicht wie mein Großvater zum Fühlen in den Keller gehen. Die waren damals ja alle anonyme Euphoriker, die sich ihre Gefühle nicht anmerken lassen durften und die alle mit sich rumgetragen haben. Und heute ist das krasseste Gegenteil. Also wir sind sozusagen von einem Extrem ins andere gefallen. Das ist wahr. Deswegen hat Franz Müntefering vor einiger Zeit bei uns in der Sendung, ich glaube, war im Mai irgendwann, hat gesagt, die Leute haben wenig Wissen, aber viel Meinung. Ja. Ja, das ist das, was so unterwegs ist und auch das sagte er, was Politik heute so schwierig macht. Wenngleich ich immer sagen würde und du sagst es ja auch, Vernunft war immer schon so ein zweischneidiges Schwert. Wie viel Vernunft war da eigentlich drin? Die Leute waren nie besser. Ja, also der Spruch, den kenne ich auch noch in dem Gewand, was man so uns zu uns gesagt hat, als wir jung waren, zu allem eine Meinung und von nix eine Ahnung. Das war der Spruch der Elterngeneration uns gegenüber. Das ist der gleiche Spruch quasi sinngemäß wie der Müntefering-Spruch. Exakt. Ja, und das ist, ich glaube, dass die ältere Generation den Jungen vorwirft, von nix eine Ahnung zu haben und zu allem eine Meinung zu haben, das ist wahrscheinlich so alt wie die Geschichte der Menschheit. Und ich glaube auch nicht, dass es heute mehr dumme Leute gibt als früher. Ich würde nur sagen, es gibt mehr laute Menschen als früher, weil sie mehr Möglichkeiten haben, sich zu äußern und wahrgenommen zu werden. Das ist wahr. Und die, wenn man sozusagen mal der Frage nachspüren will, wie vernünftig sind eigentlich Entscheidungen, vor allen Dingen auch politische Entscheidungen, aber eben auch individuelle Entscheidungen, wie irrational die sind, dann landet man ja ganz schnell bei Daniel Kahneman. Schnelles Denken, langsames Denken, genau. Ja, berühmter. Ich glaube, einer der meistverkauften Bestseller-Sachbücher überhaupt in der Zeit ist, glaube ich, 2011 erschienen, 2010, 2011. Schnelles Denken, langsames Denken, kürzlich verstorben, Jahrgang 1934 in Tel Aviv geboren, in Frankreich aufgewachsen, hat dann während des Zweiten Weltkriegs auf der Flucht innerhalb Frankreichs unter anderem in einem umgebauten Hühnerstall gelebt und so weiter, der das sehr präzise beschrieben hat, unter anderem dafür auch den Nobelpreis bekommen hat. Genau, also im letzten Bereich der Verhaltensökonomik oder Wirtschaftspsychologie. Ich würde an gleicher Stelle noch Dan Arielli nennen, der das Buch mit dem schönen Titel geschrieben hat, Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Das geht in sehr ähnliche Richtungen in den Forschungen. Der war Professor am MIT und hat da eben auch Forschungen darüber gemacht, wie Menschen sich selbst beim Denken in die Tasche lügen oder wie wir aufgrund starker Gefühle unsere Rationalität völlig falsch einschätzen oder wie wir Fehleinschätzungen machen, wenn man uns nur richtig ködert. Also ein Beispiel, Richard? Ja, also da gibt es ja die berühmten Ankerpunkte. Das ist ein großes Thema der Wirtschaftspsychologie. Wenn man sich auf etwas kapriziert, was man für normal hält, dann ist das, was man für viel hält oder für wenig hält, immer von diesem Anker abhängig. Das gibt es ja auch bei Erfahrungen. Du machst mal eine starke Erfahrung im Leben und dann misst du alles vom Standpunkt an dieser Erfahrung. Das ist der Referenzpunkt sozusagen. Ja, also wenn du, sagen wir mal, in einem politisch-radikalen Milieu aufwächst, dann hältst du das für normal. Und dann sind für dich die Leute, die gemäßigt sind, alle umgekehrt radikale. Ja, weil die nicht das einsehen oder nicht diese Weltsicht haben, die du hast. Und das Gleiche gibt es natürlich auch in der Wirtschaftspsychologie, wo das dann sehr auffällig ist. Welchen Preis für etwas hält man für normal? Den Preis, mit dem man als erstes konfrontiert war, als man zum ersten Mal über diese Dinge nachgedacht hat. Ja, das hältst du für einen normalen Preis. Und dann machen Menschen Fehleinschätzungen, abhängig danach, wo sie ihren Ankerpunkt gerade gesetzt haben. Das machen wir auch bei politischen Meinungen. Wir bilden uns früh eine politische Meinung und betrachten dann das, was davon stark abweicht, als komisch oder so und bleiben letztlich immer oder versuchen letztlich immer, in dieser gleichen Spur zu bleiben, in die wir sehr zufällig vielleicht mal reingekommen sind. Das ist wahr. Es gibt doch dieses berühmte Experiment mit den Richtern. Ich glaube, das ist sogar ein deutsches Experiment. Eine Gruppe Richter, die alle eine sehr lange Berufserfahrung hinter sich haben und denen wird eine Ladendiebin vorgestellt, eine vermeintliche, aber ein Versuch so. Und diese Richter sollen vor ihrer Entscheidung, glaube ich, zwei Würfel werfen, die aber gezinkt waren, sodass jeder Wurf entweder zu einer 3 oder zu einer 9 führte. Und dann sehr interessant, diese Würfel kommen zum Liegen und die Richter werden gefragt, ob sie die Frau zu einer Freiheitsstrafe verurteilen würden, die in Monaten größer oder kleiner als die auf dem Würfel angezeigte Zahl ist. Und diejenigen, die die 9 gewürfelt hatten, sagten im Schnitt, dass sie sie so zu 8 Monaten verurteilen würden und die, bei denen dann zufällig die 3 rausgekommen ist, sagten, na ungefähr 5. Das heißt, das belegt Ankereffekt. Genau, das ist genau der gleiche Ankereffekt. Du setzt etwas und dann weichst du nicht allzu sehr davon ab und wenn du dann gesagt hast, statt 9 nur 8, kam es dir schon unheimlich milde vor. Weil du 9 für normal gehalten hast. Und dachtest, naja, ganz so schlimm ist das nicht und dann machst du immer so ein kleiner Abstrich davon. Und bei 3 wurde das Gefühl, als ist es zu wenig, addierst du ein bisschen drauf. Das heißt, wir sind in Wahrheit ein völlig, wir denken ja immer, wir treffen auch in der Wirtschaft und so weiter, deswegen hat er auch den Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen. Wir treffen insbesondere in der Wirtschaft, Stichwort, der Markt wird das schon regeln, die Vernunft wird das regeln, die wirtschaftliche Vernunft. In Wahrheit sind wir vollkommen irrationale Wesen. Völlig. Außer Rand und Band. Das ist so. Auch eine alte Erkenntnis. Der vorhin zitierte David Hume, der hat in seinem Traktat über die menschliche Natur, also bereits 1737, klar gemacht, dass unser Verstand sowieso gar keine Entscheidungen fällt. Ja, und unsere Vernunft. Die haben wir zwar irgendwo, die kann uns immer so eine Menge Gründe für oder etwas irgendwie liefern. Aber die richtigen Entscheidungen werden immer von den Gefühlen entschieden. Und der Verstand ist die Marketingabteilung, die im Nachhinein rechtfertigt, was Gefühle vorher entschieden haben. Richtig. Genau. Bei Joben heißt es, es entscheidet der stärkste Gefühlsimpuls. Dagegen zum Beispiel steht Benjamin Franklin, der ja auch Philosoph war und Erfinder und Politiker und so weiter. Faszinierender Mensch, ne? Ja, absolut. Sehr universal gebildet und der hat irgendwie mal seinem Sohn geraten, wenn du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, dann nimmst du ein Blatt Papier und dann schreibst du auf die eine Spalte alles, was dafür spricht und auf der anderen Seite alles, was dagegen spricht. So, und dann guckst du, wo du am Ende mehr Argumente hast. so entscheidet niemand. Niemand. Es kann sein, dass du zehn Argumente gegen etwas hast. Ja, also dagegen dir eine neue Vespa zu kaufen. Ja, und wenn auf der anderen Spalte nur scheint, es wäre so ein geiles Gefühl, diese Vespa zu haben, dann entscheidest du dich danach, obwohl du zehn gute Argumente hast, deinen Geldbeutel und dass du die jetzt eigentlich gar nicht brauchst und so weiter und die werden dann alle marginalisiert. Und das spricht natürlich sehr deutlich für Jugend. Es gibt aber auch eine gute Nachricht daran. Gefühle sind lernfähig. Ja, man muss nicht immer gleich dumm emotional sein. Also ich glaube, die Hoffnung besteht nicht darin, dass wir immer vernünftiger werden, sondern dass unsere Gefühle intelligenter werden. Wenn du dreimal mit irgendwas auf die Schnauze gefallen wirst, hast du beim vierten Mal nicht mehr dasselbe Gefühl bei der Sache. Und das ist eigentlich der Lernfortschritt, besteht darin, dass unsere Gefühle schlauer werden. Aber es sind Gefühle, es sind Emotionen sozusagen. Wir sind keine wirklich rationalen Wesen. Das ist ja, das Problem besteht darin, wenn man die Emotionalität wegnehmen würde, dann käme ja so ein Mr. Spock dabei raus. Also dann wäre der Mensch jetzt durch und durch vernünftig. So ähnlich hat Kant sich dem Menschen gerne vorgestellt. Er wollte eigentlich, dass der Mensch so ist. So wie Mr. Spock. Aber ein Mr. Spock muss aus guten Gründen, der ist ja glaube ich nur Halbvulkanier. Weil wenn der ganz Vulkanier wäre, wäre er handlungsunfähig. Ja. Weil zum Beispiel, was Mr. Spock auszeichnet, ist, der ist loyal. Ja, der ist treu zur Mannschaft der Enterprise. Der will das Gute. Ja. All diese Sachen, das Gute wollen, loyal sein und so weiter, das sind keine vernünftigen Einsichten, das sind starke Gefühle. Ja. Und seine ganze Rationalität steht ja im Dienste starker Gefühle. Wenn ich die ganzen Gefühle alle rausnehme und es bleibt nur der Hochleistungskomputer Mr. Spock übrig, der weiß nicht, was er tun soll. Der hat keine Ziele. Martin Seel, zeitgenössischer Philosoph, hat mal gesagt, wer keine Neigungen hat, die er liebt, ja, findet auch keine Dinge, die er tun will. Ja, also die Grundvoraussetzung für alles ist das, wie es sich erstmal anfühlt. Irre. Aber mir war nicht klar, wie wahnsinnig manipulierbar wir da sind. Es gibt sozusagen ja die Idee der willkürlichen Rationierung im Supermarkt. Willkürliche Rationierung ist eine total erfolgreiche Marketingstrategie. Es gab in Indiana, in den USA, mal ein Experiment mit Kunden eines Supermarktes. Da gab es, könnte man so Fertigsuppen kaufen, ja, für 10% des regulären Preises. Und an manchen Tagen wurde am Regal ein Schild mit der Aufschrift aufgebracht, maximal 12 Dosen pro Person. An anderen Tagen hat man an dieselbe Suppe, an das selbe Regal dran geschrieben, keine Begrenzung pro Person. Du kannst dir vorstellen, wie es ausging. Ja, mit der Beschränkung. Im ersten Fall haben sie alle 12 Dosen gekauft. genau, haben die Leute im Schlitt 7 Dosen gekauft. Ja, exakt. Doppelt so viele, wie sie kauften, als es keine Beschränkung gab. Ja, weil die dann gedacht haben, da muss es ganz wichtige Gründe geben, warum das beschränkt ist. Das würde auch wieder funktionieren. Kannst du mit Klopapier machen, hatte mal Corona gesehen. Aber wenn du das jetzt im Supermarkt machen würdest und würdest eben dran schreiben, nur zwei Pakete oder was weiß ich was, wären dir sofort das Klopapier weg. Auch so ein schönes Experiment kennst du bestimmt auch, Thema Vernunft, wenn du Probanden sozusagen Menschen beschreibst, die Zuschreibungen für zwei Menschen. Du sagst, pass auf, der Günther ist intelligent, fleißig, impulsiv, kritisch, eigensinnig und neidisch. Ja, und Werner ist neidisch, eigensinnig, kritisch, impulsiv, fleißig und intelligent. Da hast du beide mit den exakt gleichen Adjektiven beschrieben. Da würde ich gefühlt sagen, der erste ist der intelligente und der zweite ist der neidische. Genau. Wenn das als erstes aufgezählt wird, dann sagt unser Verstand, dann muss das dein Hauptcharaktermerkmal sein. Günther ist ein feiner Kerl und Werner kann es eigentlich vergessen. Genau. Kann es eigentlich in der Pfeife rauchen. Ja, so einfach funktioniert unsere Psyche. Und da gibt es ja auch Gründe, warum das so ist. Wir sind ja auch nicht auf der Erde, um intelligent zu sein. Also, ja, das ist, also von Wittgenstein stammt ja dieser, dieser, dieser schöne Satz, niemand weiß, warum wir auf der Erde sind, aber bestimmt ist es nicht dazu, um glücklich zu sein. Und ich würde auch gerne sagen, es ist auch nicht dafür, um intelligent zu sein. Das ist eine sehr deutsche Perspektive mit dem Glücklichsein. Ich weiß, die Engländer haben, für die ist das Glück immer wichtig. Deswegen hat Nietzsche ja auch gesagt, kein Mensch sucht das Glück, nur die Engländer. Inzwischen sind wir alle Engländer geworden. Nein, aber es ist ja so, also William James, also der zu seiner Zeit berühmteste Philosoph der Welt, Ende des 19. Jahrhunderts, ganz, ganz großer Mann, der zweite große US-amerikanische Philosoph nach Perth. Der hat die Evolutionstheorie Darwins sehr gekonnt auf die Philosophie angewendet und eben gesagt, dass unser Erkenntnisapparater hat, den wir haben. Der ist ja im Zuge der Evolution entstanden und der ist ja nicht im Zuge der Evolution, entstanden, damit wir höhere Wahrheiten erkennen. Denn höhere Wahrheiten haben im darwinistischen Auslese nie irgendeine Rolle gespielt. Dadurch, dass du irgendwie ganz große Einsichten in die Welt zusammenhänge gehabt hast, das hat dein Überleben in nichts irgendwie befördert. Also selbst, wenn man schon in der Steinzeit auf die Weltformel gekommen wäre, hätte das wahrscheinlich nicht dazu geführt, dass sich jetzt alle alle weiblichen Hordenmitglieder sich mit dir paaren wollten oder so. Wahrscheinlich sind solche Ideen immer genau denen gekommen, die nur deswegen darüber nachgedacht haben, weil sich die Weibchen sowieso nicht mit ihnen paaren wollten. Also unser ganzer kognitive Apparat ist entstanden, um uns zurechtzufinden. Das Zurechtfinden und höhere Weisheiten ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Abkürzungen im Denken zu nehmen, zum Teil auch sozusagen die Abkürzungen im Fühlen zu nehmen, einfach mal dem erstbesten Gefühl folgen, das reicht. Und das schafft im Zweifelsfall auch viel mehr Sicherheit, also ganz gründlich über alles nachzudenken. Denn je länger man darüber nachdenkt, umso schwieriger wird es überhaupt noch ins Handeln zu kommen. Und deswegen hat man es einfach evolutionär, wie William James schön ausgedrückt hat, eigentlich beim Denken immer nur mit Orientierungsleistungen zu tun. Ich denke so weit, bis ich sozusagen den Schritt weiter bin, dass ich weiß, was ich tun soll. Und alles darüber hinaus fällt dem menschlichen Gehirn schon sehr, sehr schwer. Und wenn ich dann mit sowas konfrontiert bin, dann kann ich das auch nicht irgendwie einsortieren. Also wenn mir jetzt die Klimaforscher alle sagen, noch wenige Jahrzehnte und dann ist Schicht im Schacht und ich stehe da mit meinem Wirbeltiergehirn und denke, oh, das ist jetzt eine Antwort, die wollte ich nicht hören. Was könnte ich denn mal machen? Und ich käme jetzt ins Grübeln, das kann ja nicht mein ganzes Leben ändern, das geht ja alles gar nicht und Punkt. So, und dann lebe ich weiter wie bisher. Irre. Ja, weil alles andere wäre nur Informationen, die dazu führen, dass ich nicht mehr weiß, was ich tun soll. Aber wenn mein Denken doch dafür da ist, dass ich immer weiß, was ich tun soll, dann liegt es in der Natur der Sache, nicht zu gründlich zu denken. Klar. Wir müssen schnell sein, Ja, wir müssen schnell sein und in vielen Dingen reicht das auch. Weißt du, also was im Leben hinterfragt man denn in aller Gründlichkeit? Ja, doch nicht die allermeisten Dinge in seinem Leben. Ganz häufig, du triffst Leute, du hast ein Gefühl, den mag ich, der ist sympathisch, der ist nicht sympathisch, Punkt, reicht. Nur wenn du jetzt mit dem einen ernsthaften Konflikt hast, bist du gezwungen, gründlicher über ihn nachzudenken. Einfache Weisheiten reichen oder Wahrheiten oder Erkenntnisse oder Gefühle reichen ja im Leben meistens aus. Und nur in sehr seltenen Fällen ist man gezwungen, gründlich nachzudenken. Und die sind oft so selten, dass man überhaupt keine Übung und Erfahrung damit hat. Interessant. Es ist ja auch, also bei Entscheidungen, du sagtest gerade Abkürzungen, ich meine, es kann natürlich auch katastrophale Ergebnisse haben, dieses sehr impulsive, vermeintlich vernünftig, aber in Wahrheit nur auf einer rein emotionalen Basis zu entscheiden. Also der Mann an der Bar, was lässt dich glauben, dass das die Liebe fürs Leben ist? Dass das der richtige Mann für deine Kinder ist? Einfach nur, weil er da gerade sitzt? Ich muss gerade an Harari denken, der hat glaube ich sowas ähnliches mal gesagt, so sinngemäß. Wir sind so verrückt, wir glauben wirklich alle ernsthaft, dass die große Liebe, ja, die Liebe fürs Leben im Umkreis der nächsten drei Kilometer lebt. Ja, also auch in einer Zeit, in der wir noch nicht so viel unterwegs waren. Der erste Blick, den wir auf den anderen werfen, ist ja ein zoologischer Blick. Indem wir als erstes, im Grunde genommen checken wir ganz schnell und oberflächlich die Gene ab. Wenn wir jemanden attraktiv finden, ist das ja das, was wir in dem Moment machen. Das hat die Natur uns ja auch irgendwie so eingeben. Wir wissen ja über den Charakter noch überhaupt nichts. Wir wissen auch nichts über die super komplizierte Frage, ob man zusammenpasst und für wie lange. Wir werden aber hinterher behaupten, dass es uns vor allen Dingen um den Charakter ging. Aber das ist ein anderes Thema. Selbstverständlich. Aber unsere Instinkte, die werden ja von anderen Dingen als vom Charakter angesprochen. Es ist immer schön, wenn zu den äußeren Werten dann auch innere Werte hinzukommen. Aber wer möchte beim ersten Kennenlernen auf seine inneren Werte reduziert werden? So, so viel Show wie für heute. Finde ich gut. Du kennst dieses Experiment von dem Esel, der vor zwei identisch aussehenden und genauso lecker aussehenden Heulaufen steht. Ja, Burinons Esel. Genau, und sich partout nicht entscheiden kann und überlegt und überlegt. Und vielleicht ist der noch leckerer, vielleicht doch der andere und so weiter. so der Typ Maximizer, glaube ich, sagt man in der Verhaltenspsychologie. Ja, der, der glaubt, ich muss lange, lange nachdenken, um immer wirklich das Maximale, deswegen Maximizer sozusagen, aus der Sache herauszuholen und die Geschichte geht, die Parabel damit zu Ende. Der Esel kann sich nicht entscheiden und am Ende ist er tot, weil er schlicht und ergreifend verhungert. Das heißt, du musst im Grunde musst du schnell sein und dann zu dieser Entscheidung auch stehen. Also das ist das, was Verhaltensforscher so sagen, wann soll ich mich entscheiden, wie soll ich mich entscheiden, egal, entscheidend ist nur bald. Ja, schnell entscheiden. In einer sozusagen unsicheren Welt, in der ja nie alle Daten so komplett zur Verfügung stehen, muss man sich einfach schnell entscheiden. Ja, und jetzt transferiere das mal auf die Ebene der Politik. Ja. Ja, wo du auch zwar irrsinnig viele Informationen einholen kannst, wenn du willst, ja. Kannst du natürlich noch ganz viele Berater fragen und so weiter. Aber eigentlich musst du in einer Drucksituation, ja, schnell entscheiden zu müssen, dann in einer medialen Drucksituation, ja. Die Medien fordern von dir die eine oder die andere Entscheidung und sich dazu entscheiden. Und da fallen Entscheidungen ja nicht, indem man hingeht und jetzt mal strategisch und langfristig und wohl überlegt und so weiter guckt, sondern da wird natürlich auch, genau wie im normalen Leben, ja. Ja, meistens reicht es, dass man überhaupt mal eine schnelle Entscheidung gefällt hat und die Vernunft spielt da nie eine Rolle, weil als Politiker wirst du damit belohnt, dass du wieder gewählt wirst, ja. Oder dazwischen durch günstige Wahlumfragen, ja. Oder durch medial positives Echo. Aber du wirst auch nicht damit belohnt, dass dann irgendjemand sagt, 20 Jahre später, das war aber eine weise Entscheidung. Das ist dann das Privileg von Altkanzlern, ne. Wenn sie dann in der Lage sind, 90 zu werden, können sie sich damit brüsten, was sie vor 20, 25 Jahren schon alles Vernünftiges gemacht und gesagt haben. Aber in der Situation selber, wo du handelst, spielt eigentlich die Vernunft fast gar keine Rolle. Dieser, ich meine, nochmal zurück zu dem Esel, ne. Der Esel ist ja sozusagen die Abteilung Maximizer, ja. Du versuchst das Beste für dich herauszuholen, ja, bei der Frage, welche Entscheidung und dabei verhungert dieser arme Esel. Gibt da noch einen anderen Typen und ich glaube, oder würde dich gerne fragen, was du glaubst, wer der Glücklichere ist. Satisfizer nennt man die, glaube ich. Also Leute, die sozusagen relativ schnell zufrieden sind und sich dann sehr schnell mit einer einfachen ersten Option anfreunden, die so ihren Ansprüchen genügt und sagen, ne, und dabei bleibe ich jetzt auch. Ich habe das jetzt entschieden und das hinterfrage ich auch gar nicht mehr groß. Das ziehe ich jetzt einfach so durch. Würde ich immer sagen, das ist wahrscheinlich der erstrebenswertere Zustand. Das geht mir bei kleinen Dingen so. Ja, aber das geht so konträr zum Zeitgeist, weißt du? Ganz konträr zum Zeitgeist in einer Welt, in der jeder versucht, das absolut Maximale, das Optimum für sich herauszuholen. Ne, bin ich frei von. Also natürlich nicht in den großen Fragen, aber in den kleinen Fragen. Ja, also wenn ich in die Bäckerei gehe, ich erlebe das ja auch, dass da schon mal Zeitgenossen, Zeitgenossinnen vor mir stehen, die sagen, ja, ich hätte gern, ach nee, ist da Dings drauf, nee, ach so, und ist das mit hier und ist da Sahne und so weiter. Ja, und sich dann ewig nicht entscheiden können. Sehr typisch für die jüngere Generation, gibt es auch in den älteren Generationen, kommt in den jüngeren etwas häufiger vor. Ja, weil sie natürlich mit, ja, weil sie natürlich reingeboren sind in einer Welt, in der man ihnen schon sehr früh diese Entscheidung überlassen hat. Und ich komme aus einer Welt, werde auf den Tisch, kommt, wird gegessen. So, das war natürlich eine andere Welt. Ich bin gar nicht trainiert, solche Entscheidungen zu fällen. Und ich bin dann, wenn ich eine große Auswahl habe, ja, ich suche mir was aus und denke, das ist ganz gut. Und ich habe ja auch so eine selektive Wahrnehmung, so einen Tunnelblick. Ich sehe dann gar nicht, dass da vielleicht in der Auslage noch irgendwas war, was leckerer war oder besser geschmeckt hätte oder so. Ich denke auch nicht darüber nach. Also ich bin eigentlich in den kleinen Dingen im Leben relativ leicht zufriedenzustellen, weil ich als Kind trainiert darin bin, dass ich nicht die Auswahl habe. Es ist interessant. Das nennt sich Satisfyer? Ja, Satisfyer. Ja, genau. Satisfyer. Okay, wusste ich noch gar nicht. Ja, das finde ich auch selbsterklärend, der Begriff eigentlich. Wie ist das bei dir? Ich bin jemand, der, ich bin da eher auf der Spur von Angela Merkel, von der ich weiß, dass sie mal gesagt hat, sie denkt sehr, 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 sehr lange über Dinge nach und danach weiß sie irgendwann ab an einem bestimmten Punkt, was richtig oder was falsch ist. Ich, es ist wahrscheinlich auch nicht das, was funktioniert, aber ich bin tatsächlich jemand, der sehr lange über Dinge nachdenkt, wichtige Entscheidungen. Ja, bei wichtigen Entscheidungen sind wir uns, glaube ich, einig, aber mir geht es jetzt um die Alltagsentscheidung. Ja, das Brötchen meinst du jetzt? Nein, da bin ich, da bin ich, ich bin also eher sehr, sehr leid zufriedenzustellen. Ja, oder dass du dir jetzt einen Tee bestellst und nachher denkst, ah nee, warum habe ich mir den bestellt? Nein, der da am Tisch hat, den Tee, den hätte ich jetzt lieber. Geht dir nicht so? Nee, ich bin dann eher so Typ, eigentlich danke für die Erfahrung. Dann weiß ich in Zukunft, was ich nicht mehr möchte oder so. Also ich bin dann an dem Punkt, den habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ich bin dann nicht undankbar dafür, dass ich jetzt gelernt habe, was sozusagen funktioniert für mich und was nicht funktioniert. Das ist immer eine Frage, wie man an sowas rangeht. Aber die große Frage ist ja, Richard, also wenn ich mal so auf meine kleine Biografie zurückschaue, ich würde mal sagen, der unvernünftige Teil war fast wichtiger als der vernünftige. Es ist natürlich das Zusammenspiel aus beidem, aber aus einer Unvernunft heraus habe ich häufig irgendwie Entscheidungen getroffen, die am Ende sich als richtig erwiesen haben. Und anders gesagt, es wirkte häufig wahnsinnig unvernünftig. Ich habe meinen ersten Job gekündigt, da war ich echt gut unterwegs und habe den dann für ein Praktikum beim Radio aufgegeben, einen sehr gut bezahlten Job. Da habe ich 300 Mark im Monat verdient. Das war natürlich komplett, also ökonomisch vollkommen unvernünftig. Und ich habe damals für mich gelernt, Harpe Kerkeling, mit dem habe ich mal ein schönes, kurzes nur, aber ein schönes Gespräch über genau dieses Thema geführt. Und Harpe sagt immer, weißt du, folge deinem Herzen. Dein Herz hat immer Recht. Das ist vielleicht so apodiktisch, so absolut vielleicht auch nicht immer zutreffend, aber ich glaube, da ist was wahnsinnig Wahres dran. So hat er es immer gemacht und wenn ich mal so zurückschaue, würde ich sagen, so habe ich es auch häufig gemacht. Und selbst wenn es dann in die Fritten geht, wenn es schief geht, dann haderst du zumindest mit dieser Entscheidung sehr viel weniger, als du es sonst getan hättest. Das ist das eine. Und das andere ist das gute Gefühl, ich habe es wenigstens versucht. Ich habe es wenigstens probiert. Ich wollte nie irgendwann mal von diesem Planeten gehen, ohne es wenigstens probiert zu haben. Was auch immer, aber probiere es wenigstens mal. Ich glaube, sonst liegst du dann da irgendwann und sitzt wirklich auf der Parkbank an der Nordsee und fragst dich, was zur Hölle wäre gewesen, wenn? Und ich glaube, das ist sozusagen, da schließt sich jetzt der Kreis zu unserem Beginn. Das ist, glaube ich, die mieseste Frage, die du dir stellen kannst, wenn du mit 80 da sitzt. Ich würde noch eine andere Dimension reinbringen, um ein Plädoyer für unvernünftige Dinge zu halten. Die unvernünftigen Dinge sind die, die man später am besten erzählen kann. Also wer in seinem Leben nur vernünftige Dinge gemacht hat, der geht einem mit dem, was man erzählt, auf den Sack. Weil der gibt ja nichts anderes von sich, als zu erzählen, warum er alles immer richtig gemacht hat. Richtig gemacht hat. Mit solchen Leuten habe ich keine Lust, mich zu unterhalten, sondern das, was anderen Leuten, was die mir ans Herz wachsen lässt, das sind die unvernünftigen Dinge, die sie gemacht haben. Da, wo sie was riskiert haben. Ich meine, man liebt doch auch Geschichten des Scheiterns. Ich meine das jetzt gar nicht so amerikanisch von wegen, man muss irgendwie mal scheitern oder so. Auch die Dummheiten, die man gemacht hat, die Eseleien, Peinlichkeiten zum Beispiel, sind unheimlich gute Erzählungen. Nichts hört man lieber, als die Peinlichkeiten, die jemandem passiert sind. Oder lächerliche Situationen, in die man sich begeben hat und so weiter. Erstens, es stimmt natürlich, was du vorhin sagst, man lernt aus diesen Situationen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, die eigene Lebensgeschichte besteht doch aus Geschichten. Und die unvernünftigen Geschichten sind die richtig guten Geschichten. Und ich denke, auch von denen ernährt man sich im Alter. Menschen, die immer alles richtig gemacht haben in ihrem Leben, werden ein langweiliges Alltag haben. Das ist wahr. Dann nehmen wir das als Schlusswort. Richard, in diesem Sinne. Dann wünsche ich dir noch eine unvernünftige Zeit. Ich dir auch. Und einen herrlich unvernünftigen Urlaub. Richard, bis nächste Woche. Danke dir sehr. Mach's gut. Tschüss. Du auch. Ciao. Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.